Ich bin Blümel Marie, ich bin jetzt 17 und ich komme aus Wiesenfällen, das ist eine Straube im Bogen. Bei Grones, weil man einfach viel Positives von Grones hört. Ich habe auch viele Bekannte, die in der Firma arbeiten, eine Mannschaftskollegin, die hier arbeiten. Man hat einfach nur Positivste von Grones gehört und man hat auch viel weiter Qualifizierungen, damit man sich weiterentwickeln kann. Profil 21, weil wir, wie ich schon klar war, schon gerne in Urlaub gefahren sind, auf Reisen und ich will einfach voll von der Welt zeigen und ich finde das eigentlich auch nicht schlecht, weil man sieht, man kommt voll in der Welt rein, man kommt einfach voll in der Welt an und man lernt auch viel. Also ich hätte nicht gedacht, dass man auch durch die Kollegen viele Freundschaften macht, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man sich mit allen so gut versteht, aber bis jetzt konnte ich mich eigentlich nicht beschweren. Das ist wirklich der Zusammenhalt zwischen Ausbilder und Auszubildenden. Man kann immer hingehen zum Ausbilder, der sagt jetzt nicht, ja, geh weiter, ich mag jetzt nicht, sondern er sagt, ja, kommt sehr, wenn du Fragen habt, dann kommt es lieber ein bisschen öfter, das ist halt kapiert. Also ich finde das eigentlich echt, weil der Zusammenhalt ist halt einfach in der Firma auch da. Man merkt schon, dass man offener wird, weil man halt auch durch viele Kollegen auch kennenlernt und auch viel umeinander kommt und da bringt es eigentlich nichts, wenn du schüchtern oder so bist, sondern du musst halt einfach mit den Leuten reden und ja, das merkt man schon, dass man dann auch selbstbewusst ist, weil man ja Arbeit hat, was man selber machen muss. Das hat man auch im Werk gesehen, die haben eine Aufgabe gegeben und dann hast du selber erledigen müssen.